Herzlich Willkommen zurück bei Darkseiders 3. Wir sind immer noch in der Wüste, haben Abaraxes verschont, töten den Herrn des Abgrunds. Was im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, da Abaraxes der Diener des Zerstörers ist und der ja quasi für diesen Verrat erst verantwortlich ist. Sagen wir es mal so. Der ist für diese ganze Apokalypse-Zeug überhaupt erst dran schuld. Das Krieg da kaputt gemacht wird. Hä, wie soll ich denn... Oh. Hey. Wir kommen zu euch. Könnt mich nicht treffen. Autsch. Juhu. Juhu. Aua. Juhu. 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 Boah, die Dinger machen ja richtig Schaden. Heilung. Alter, das geht ja richtig ab. Das ist ja nie so nett, wenn das so viel Schaden macht. Herr, es ist ein weiterer Auserwählter. Woher weißt du das? Eine Lehre umgeht sie. Spürst du sie nicht? Mit nichts vergleichbar. Die Abwesenheit der Hand des Schöpfers. Ich warte mal gerade auf meinen Chaos-Augment, weil die Auserwählten... Hey, wo war es denn gerade? Ich hatte gerade noch ein... Ich muss mich verarschen. Du hast nicht gerade noch ein... Moment. Ich gucke mal hier. Das ist ein bisschen merkwürdig zu sehen. Nein, natürlich nicht. Dann nehme ich das Stärkefragment. Hübe runter, Stärkefragment und dann gib ihm. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Autsch. Komm schon. Alter, ich hab doch... Jawohl, jawohl, jawohl. Alter. Tickshot. Ich werde wieder so in der Ecke. Komm schon. Hm. Oh, ich kann ihm voll geben. Ich kann ihm geben. Oh mein Gott. Also das... Das war nicht, nenn ich. Ey. Ich bin ausgemischen. Ja, wenn ich da hinten in der Ecke feststecke, Alter. War das ja assi, auf die Entfernung einen Stein zu werfen. Mal ganz ehrlich. Der Grog. Uh. Uh. Ich will weg von ihm. Alter. Uh. Komm hier nicht in die Quere. Ja. Ja. Ach, Essenz ist auserwählten. Ja, ergibt Sinn, weißt du. Oh. Und ich dachte, diese anderen wären die auserwählten. Hä, was haben wir denn da... Können wir das jetzt doch upgraden? Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier. Wirklich? Dafür? Dafür geht er jetzt in die Hocke? Also... So, so soll ich jetzt mal nix. Jetzt brauche ich nur wieder ein bisschen Heal. Ah. Guck mal da. Hallo. Okay, der Shortcut ist nicht umsonst da gerade aufgegangen. Mhm. So was habe ich mir gedacht. Das heißt, bei der nächsten Möglichkeit, ab zum... Äh... Wie heißt der Vogel? Ultern. Und dann... Schön upgraden. Okay. Ja. Achso. Hallo. Tschüss. Ja, wow. Oh, hey. Vulgrim. Na, was so ein Zufall. Böte. 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 Hallo. Hallo, Ultan. Nein, da will ich nicht hin. Hier will ich hin. Ah, guck mal hier. Ha. Ha. Äh. Oh, oh. Damit wirst du auch eine Verlustung anrichten. Interessant. Viel Glück, Fury. Schauen wir mal. Ähm. Ich mach nur mal das Ausbrechen. Ich hab jetzt 590 Gesundheit. Ja, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, das Ding reinmache. Und dann hier, äh, hier. Das hier. Hab ich immer noch die 95 Gesundheit. Alter, wenn ich jetzt wechsle. Muss ich die einfach nur gesockelt haben? Oder was ist das? Dann ist es ja easy. Hä? Ach so, physischer Schaden und Magie Schaden mit dieser Waffe. Und dann 18% Gesundheit. Also das heißt, die Sachen, die nicht auf speziell eine Waffe... Ah. Okay. Na, dann können wir jetzt aber nicht mehr so krass die... Moment, dann kann ich das ja einfach hier... Oder? Und das mach ich dann hier rein. Einfach nur für die Heilung. Kann ich dann ein bisschen was upgraden vielleicht? In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Gesundheitslöcher. Ja, wär schon wichtig. Damit wirst du auch mit dich nicht für möglich gehalten. Aber jetzt bist du noch interessant. Viel Glück, Fury. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber jetzt bist du noch interessant. Du bist ein Bastard, ey. Ähm. Oh. Ich glaube, da können wir ein bisschen was mitmachen. Das wird uns allen Spaß machen. Ah. Da werden wir ein bisschen Magie Schaden jetzt verloren haben. Gehen wir mal hier. Also hier wären es... Ah, 17 Leben. Das wären dann so 4% und das hier sind 6%. Ja, natürlich, je höher man geht, umso weniger skaliert ist, aber... ...es sind trotzdem noch 6% mehr Magie Schaden. Ich will mal gucken, ob das sich... Also wie sich das aus... Na? Wie sich das bemerkbar macht. Fuck, jetzt bin ich aber hier. Gab's da nicht... Moment, ich kann doch hier hoch, oder? Ja. Ich hab doch... Hier, das meine ich, hat wieder hier oben den Knopf gedrückt und dann hat er die... ...Kraftform... Hallo. Jetzt muss ich das mal lassen. Kraftform ausgewählt. Hüpp. Nice. Ähm. Jetzt müsste ich aber doch langsam mal... Moment, ich kann doch jetzt hier unten lang, oder? Ich hab doch jetzt das alles... ...in Gang gebracht. Die ganzen Dinger müssten noch laufen. Oh ja. Das geht schon gut ab. Dann. Ah, macht immer noch guten Schaden. Wo kommt der denn jetzt her? Hey. Ja, dann komm mal rein. Begrüßt die anderen. Was soll das? Hallo. Autsch. Voll reingesprungen. Na? Okay, jetzt kann ich aber hier unten lang gehen, ne? Jetzt muss ich nur aufpassen. Oh fuck. Okay. Autsch. Nice. Alter, alter, das finde ich nicht nett. Alter, 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 alter Das ist das Halte. Oh. Die hat gesagt, scheiße. Habe ich das richtig gehört? Okay, ich muss da drauf. Ich muss in die und der und in die Richtung. Hallo. Ich warte auf die und dann muss ich erst auf den vorderen springen. Also erst der, der eher an mir ist und dann... Och ja. Wow. Und auf ein Eis. Warum hüpft der denn so komisch? Was ist denn das? Ist das irgendwie... Hä? Kann ich... Kann ich da überhaupt dran vorbei? Mal was ausprobieren. Ah, das geht. Wenn der Spiel mich nicht hassen würde. Hallo. Das kann ja nicht sein, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Ich halte A gedrückt, aber er macht es nicht. Er macht gar nichts. Jetzt macht er es. Oh wow. Hey, wie soll ich denn das dann machen? Also von der Seite... Bleib... Hä? Ich muss da früher drauf. Glaub ich. Ja. Guck mal. Okay, das funktioniert schon mal, äh... Gar nicht. Das heißt, ich muss... Wenn ich den Stein dort zuerst nehme, äh... Komme ich mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht hin. Weil ja in der Zeit auch der Stein sich weiter bewegt. Das heißt, ich muss den, der von mir aus jetzt gesehen links ist, zuerst nehmen. Kann's probieren. Wow. Vielleicht muss ich den... Muss ich so dagegen springen, dass ich direkt... Hä? Da ist ja noch... Ne, den hab ich ja gar nicht gesehen. Tja. Boah. Das wird interessant. Das heißt, ich muss erst... Okay, okay, okay. Okay. Und, und... Oh, mein Gott. Ich war fest davon überzeugt, dass ich in den Tod falle oder so. Dass das funktioniert hat. Hui. Okay. Was gibt's denn hier? Da leuchtet es rot. Wenn es rot leuchtet, ist es nie gut. Diese Dämonenstachel waren im ersten Teil überall. Und... Oh, 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 oh. Wenn bei einem Schalter-Aumlegen ein Speichersymbol kommt... ...ist das nie ein gutes Zeichen. Was ist das hier? Hä? Ah. Shortcut-mäßig. Hau ich in Shortcut? Ach. Und... Gib ihm. und dann wenn wir jetzt so eine hohe Chance haben kommt fast immer eins raus es ist ja vorher schon sehr oft eins rausgekommen und das war nur 5% und jetzt sind es was 19? Hallo Heilung, Heilung Oh, war das knapp Ach nee, der schon wieder der gute alte Aktiviere ich mal lieber das Ding hier noch zur Sicherheit Der ist da doch drin, oder? Das heißt, eine große Quelle der Macht und der Beobachter will nicht dass wir von der Mission abweichen Ich weiß nicht, ob das so gut ist Okay Ich muss warten, bis der da hinten ist Dann kann ich da unten in die U-Bahn rein Ciao Oh mein Gott Lauf, 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 lauf Nein, 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 nein Es vibriert Oh Gott, es vibriert richtig hart Ach mal, genau so geht das Ohne Umschweife Ohne Umschweife Hier Magic Spring Sprin Spren Was? Spenderlaune Achso, wahrscheinlich ja 50 Level oder so Achso, sind Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Schon wieder? Was passiert, wenn ich das jetzt aktiviere? Achso, ich sterbe direkt. Das wollte ich wissen. Ob ich nur kaputtgehe, wenn ich oben bin, oder auch hier unten? Ja, das beantwortet meine Frage. Aber hey, immerhin habe ich jetzt sechs Heilungen, Schatz, fünf. Okay, das ist tricky. Zieh weiter. Okay, jetzt muss ich laufen. Lauf, 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 lauf. Na, du hässiger Stein. Ja, wie soll ich das? So, und so zieht er wieder nach da hinten. Das heißt, wenn ich da hingehe, nimmt er den Stein mit hierher. Ich lässt ihn hier fallen. So oder so. Boah. Ah, nee, jetzt kann ich ihn nicht benutzen. Ähm, muss ich überlegen. Ich muss, ich muss es einfach probieren. Das gibt's nicht. Das ist ein Millimeter, der da fehlt. Was macht Wulgium denn da hinten? So, der zieht jetzt, sobald er mich nicht mehr wittert, zieht er nach da hinten ab. Und lässt den Stein da hinten fallen. Das heißt, der lässt ihn auf jeden Fall immer da hinten fallen. Muss ich, brauche ich den Stein vielleicht überhaupt nicht? Ne, okay. Das wäre natürlich ein Plot, das wir jetzt haben. Was passiert, wenn ich mich unter den Stein stelle? Das geht gar nicht. Okay, ich kann... Das funktioniert nicht. Huch, da wollte ich sogar nicht hin. Nein. Kannst ihn ruhig wieder absetzen. Boah. Ähm. Was ist das? Der Stein muss auf den Stein. Äh, der Stein muss auf den Schalter. Aber wenn ich rauslaufe, ähm, holt der Wirbelsturm den Stein wieder runter und ich komme nicht rechtzeitig zum Tor. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Und bis dahin. OF志